Doch, genau darum geht's. Es geht nur ums Geld. Ihr wollt, ihr kriegt nicht genug, ihr kriegt nicht den Hals voll. Es geht immer nur ums Geld. Geld, 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 Geld. Würden die ein Geschenk machen, dann wär alles in Ordnung. Würden die dem irgendwas schenken aus Gold, dann könnten die alles verwenden, was die wollen. Es geht nur ums Geld, man. Wir sind alles Arsgeier. Wir kriegen den Arsch nicht voll, man. Wo sind die ganzen Gift-Subs? Wo sind die Prime-Subs? Prime ist kostenlos, man. Digga, wir können ohne Geld nicht mehr atmen, ja. Wir sind so am Arsch durch unsere Branche, man. Wir sehen, ich sehe keinen Chat mehr. Ich sehe überall nur 5 Euro, beziehungsweise 2, 2-Euro-Münzen. Es gibt so viele Menschen, oder? Es macht gar keinen Spaß zu gucken, aber wo bleibt? Mach mal der Zwicki an, oder so. Du bist doch die Generation, die YouTube guckt. Guck dir nicht sowas. Ich hoffe Koran sogar, nein. Was guckt ihr denn? Ey, Digga. Ey, Mann. Ey, Mann. Och. Ey. Ey, schau mal. Es könnte eine endlose Geschichte werden. Tim Jacken könnte auch jetzt vor seinem Bildschirm mit irgendjemand da sitzen und sagen, guckst du nicht ABK? Nein, Bruder. Was guckt denn deine... Okay, mate. Sascha, ich habe gute Laune. Ja, ja, perfekt. Wir hören uns morgen, Tiro, ja? Nee, nicht heute. Wir hören uns morgen... Nein, nein, nein. Wir hören uns heute. Ja, wir hören uns heute, Tiro. Nein, wir... Ich gehe jetzt in Minecraft rein, ja? In Racket? Ja, ranked. In Minecraft? Ja. In Minecraft ranket? Quasi, ja. Quasi, ja? Ey, ich wünsche viele... Ich wünsche die beste Grüße in Bad Wars. Ey, danke, Tiro. Wir hören uns morgen, ja? Ey, Bruder. Kuss, kuss, kuss. Kuss, mate. Kuss, kuss. Kuss, kuss. Ja, geh mal vom Discord. Ey. Ey, ich... Weißt du, was ich dir wünsche? Was denn? Ding? Äh, der darfst du's. Befestigen, als auch auf dem Boden. Vor allem in so Wohnungen und dann... Ich glaube mal, weil das in Amerika ist, hat die Herr-Regips-Wende, denke ich mal. Hohlraumdübel braucht die Dame. Hohlraumdübel. Äh, was? Äh, hä? Als ob die das... Was? Okay. Monti, aber nur als imitierter Charakter. Ja, ich habe einen Street von Ruhrt angeschaut und da war der mit einem unterwegs und der hatte so diese Monti-Stimme. Und der hat das die ganze Zeit gemacht. Ich glaube, der hat den einfach studiert und ich glaube, wir haben im Chat auch schon drüber geredet und der ist halt drauf hängen geblieben, ne? Also der hat sich in der Rolle verloren, glaube ich. Der macht das auch in real life, 100%. Stimmt, Rewis auch drauf, ja. Ich bin gerade... Du rufst zum vierten Mal an. Ich stream gerade und irgendwas piepst bei dir im Hintergrund irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie packe ich gerade gerade deine Bude ab. Nee, das ist... Das ist Chateau-Bait. Ich habe gerade ein paar Token gegeben. Boah, wir hören uns später schon nach dem Stream an. Ciao, 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 ciao. Let's go. Junge, wie dumm. Chat. Ich habe mir wirklich gesagt, Heikel war an dem Tag dabei. Zwei andere Kollegen waren auch noch dabei. Wir haben das alle gehört. Ja, wow. Er hat ihm... Was hat Spendi ihm gegeben? Ich kann einfach nur die Waller-Garantie geben. Das hat er mir... Okay. Okay. Alles klar. So. Also. Nur, dass ich... Tut mir leid. In Tschechien, das ist schon lange her, oder nicht? Da war ich in der 11... Ja, da war ich in der... Nein. Da warst du... Na, da waren wir 15. Weißt du, Klassen war ganz lange her. Nein, Mann. Wir sind... Du bist mit Knossi da gewesen. Ach so. Und wir sind spontan vorbeigefahren. Und dann durften wir mit zu euch hoch. Das... Okay. Ey, weil ich... Das ist... Das ist ein... Ey, ich... Könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter fern? Sascha, da ist kein Fussel. Das ist dein Arm. Was ist passiert? Ich kann nicht... Ich hatte 2018 ein Placement. Ich bin Montana Black. Und das war gemeinsam mit einem Energy Drink Hersteller. Mit Maximal G. Okay. Und das Video lief Baba. Und was Maximal G dann im Nachhinein gemacht hat, über deren, ähm, Media Firma, ist das Video, die haben quasi legit Geld Google gegeben, dass dieses Video noch öfters bei Leuten erscheint, aber als Werbung geclaimt. Quasi, was sie gekauft haben, wo die dafür nicht mal mein, 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 mein Jahr gebraucht haben, ist einfach nur, die haben Geld investiert, so in AdSense oder so, dann wurde das Video als Werbung angezeigt. Das ist, und das kann ich euch sagen, so wie es ist, auf dem Kanal unsympathisch.tv, bis jetzt das Einzige, was passiert ist. Dass Videos, so mal, keine Ahnung, oder dieses Video, das ist das Letzte, an was ich mich erinnern kann, dass einfach Geld investiert wurde in AdSense. und das ist das Letzte.